Das wird ein Kinderspiel. Oh Gott, oh Gott, sie ist hinter mir. Hallo und willkommen zu Folge 4 von Daylight. Wir spielen immer noch auf schwer. Wir sind in einem neuen Level. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video und los geht's. Dr. Möse, das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projekts von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy. Judy, das ist wirklich Papierverschwendung, was du hier machst und ich muss den Scheiß bezahlen, okay? Sie hat, nur um ihren Namen zu schreiben, ein extra Blatt benutzt. Das kostet mich mindestens zwei Cent. Alter, kein Wunder, dass die Firma hier bankrott gegangen ist. Ich meine, seht euch das an. Alles liegt kreuz und quer in der Gegend rum. Ich wette, ich habe das letzte Geld der Firma einfach für meinen tollen Schreibtisch ausgegeben. Ich hoffe, der taugt dann wenigstens auch mal was. Okay, was ist das? Aha, Bilder von Mitarbeitern, die irgendwo in der Firma verschollen gegangen sind. Die liegen wahrscheinlich irgendwo hinter Regalen versteckt oder so. Die verstecken sich vor mir. Sie haben große Angst vor ihrem Boss. Mid-Island-Hospital-Force-To-Close. Das Papier ist alle. Schreibtisch bedeutet denen Bankrott für Firma. Oh Gott. Oh, was ist passiert? Was habe ich getan? Oh nein, wie konnte es so weit kommen? Cursed heißt verflucht, oder? Ich weiß es nicht sicher. Okay, was haben wir denn? Oh Gott! Jesus! Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, ey. Oh, die Tür ist aufgegangen und ich bin übel erschrocken. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ja, lasst es uns spielen. Ich kann es kaum erwarten. Patient 13, was für eine unheilverkündende Zahl aus Krankenhausaufzeichnungen geht hervor, dass diese Nummer zumeist besonders schwere Fälle kennzeichnet. Und der aktuelle Fall ist keine Ausnahme, wenn man die Umstände ihrer Geburt in Betracht zieht. Ich sehe viele Einrichtungen, schlechte Entscheidungen und noch mehr in ihrer Zukunft. Manchmal frage ich mich, ob das innere Chaos in manchen jenseits aller menschlichen Hilfe ist. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist mit der verdammten Toilette passiert? Die Klobrille ist so verdammt schmutzig, die ist schon schwarz geworden über die Jahre. Okay, ich habe nachgezählt. Hier hängen genau zwölf Bilder von Mitarbeiterinnen des Monats. Das heißt, unsere Firma lief ungefähr ein Jahr lang, bevor sie auch schon wieder bankrott war. Oh Mann, das ist ein hartes Los. Die Wirtschaftskrise in Deutschland. Ihr seht nun hier etwas, was sie aus unserer Firma gemacht hat. Oh Gott, das ist so schrecklich. Ich kann gar nicht hinsehen. Lesen wir lieber den Brief. Judy, da ist sie schon wieder. Vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals, einschließlich dir, selbst ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten frönt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt cool. Frönt. Frö, 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 okay. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht. Verglichen mit dem krankkeitsverseuchten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einigen unserer ungewöhnlicheren Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um mit ihnen fertig zu werden, aber ich brauche die Unterstützung von allen, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, was ich kann, nehm. Und einer meiner Kumpels spielt Counter-Strike. So, wenn du das siehst, geil. Du bist ein Teil des Videos. Oh, oh, dieses Bild finde ich irgendwie besonders gruselig. Ich weiß nicht, warum. Hat irgendwie was Merkwürdiges an sich. Oh Gott, das ist weg. Hat irgendwas Komisches an sich. Kann ich da hochklettern? Ne, kann ich nicht. Eher nicht. Sieht nicht danach aus. Oh, oh, da ist mein... Benutzen. Warte noch. Ich will erst meinen coolen Schreibtisch angucken. Oh ja. Oh, oh, das war es wert. Ich habe all unser Geld dafür ausgegeben, aber es ist so verdammt wert. Oh, seht ihn euch an. Er ist wunderschön. Kann ich jetzt ernsthaft die Lampe benutzen, oder? Es hat sich ein Spalt aufgetan. Und warum so einen teuren Schreibtisch, wenn letztendlich nur die Lampe das ist, was diesen Mechanismus ausgelöst hat? Ich verstehe es nicht. Was, wofür glücklich schützen? Was du schon wieder laberst? Oh, Kacke. Hat der mir gerade quasi gesagt, dass ich sterben werde, oder so? Das war gerade irgendwie komisch von ihm. Komische Aktion, brah. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht so sehr. Inventar voll, du hast zu viele Leuchtstäbe. Dein Scheißernst. Leuchtstäbe. Oh nein, meine ganzen Taschen sind voll. Als ob ein Knicklicht so viel Platz wegnimmt, dass man es nicht mal irgendwie in der Hosentasche packen kann. Oh, Jesus Christ. Wer hat das getan? Das war wahrscheinlich irgendein Luftzug. Okay, was haben wir denn hier? Inventar voll, du hast zu viele Leuchtstäbe. Alter, leck mich. Ich will auch keine Leuchtstäbe. Ich brauche Fackeln. Hallo. Was ist das? Es bewegt sich. Oh Gott. Es ist von einem Dämonen besessen. Was ist das? Es gleitet irgendwie von selbst. Sieht aus wie irgendwie so der neuste Swiffer Bodenwischer oder so ein Scheiß. Der macht das ganz automatisch, aber nur in einem Radius von 10 Zentimeter. Also ihr braucht sehr, sehr viele, wenn ihr damit den gesamten Boden wischen wollt. Die ganze Bude bricht auseinander. Ah, ich habe mir gerade eingebildet, da steht jemand bei diesem Flackerlicht. Das wäre... Oh Gott, ist das scheiße. Heilige Kacke. Die Bedrohung ist noch gar nicht da und die fistet mich. Oder zumindest versucht sie es. Oh Gott, ich will nicht, dass ihr mich fistet. Der Hauptgenerator ist voll funktionsfähig. Sollten weiterhin Probleme auftreten, empfehlen die Wärter, diese zu notieren und eine Nachricht bei der Verwaltung zu hinterlassen. Das ist schon wieder Papierverschwendung. Zu hinterlassen. Auf ein extra Blatt. Was fällt euch ein? Diese Leute haben diese Firma in den Ruinen getrieben. Oder zumindest haben sie ihnen damit den Rest gegeben, okay? Wir hätten es vielleicht noch geschafft. Aber ihre verschwenderische Art hat einfach alles zunichte gemacht. Was ich über all die Jahre aufgebaut habe. Bert Augustine ist seit fast zwei Wochen nicht mehr zu seiner Schicht angetreten. Sein Vorgesetzter dachte, er habe die Arbeit hingeschmissen, da sich Mr. Augustine mehrmals darüber beklagt hat, weibliche Stimmen in den Gängen zu hören. Wirklich? Die Weiber, die ratschen da die ganze Zeit. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kündige. Ich kann nicht mit Frauen zusammenarbeiten. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Ich habe keinen Bock mehr zu lesen. Und die Frauen hören nicht auf zu ratschen. Ich kann einfach nicht mehr. Wir haben schon fünf von acht. Was zum Geier ist hier los? Ich bin so im Arsch. Jetzt will sie uns. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Texte gesammelt. Oh, sechs Stück haben wir schon. Das wird ein Kinderspiel. Oh Gott. Oh Gott, sie ist hinter mir. Oh Gott! 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 Ich kann so nicht arbeiten mit dieser Frau. Oh nein, ich hatte es schon fast. 6 von 8 in kürzester Zeit. Oh Gott. Ich komme gerade immer noch nicht darauf klar. Wieso habe ich mich umgedreht? Oh Gott, habe ich durch Slender etwa gar nichts gelernt. Okay, ich werde jetzt nicht jeden Zettel lesen. Ich drehe sonst durch, wirklich. Sorry. Aber. Okay, hallo. Hallo. Ist da jemand? Hat das wieder jemand umgeworfen oder war das der Wind? Okay. Okay, wir müssen flüstern. Nein, nein, ich habe gesagt, ich muss flüstern. Nicht du. Hör auf zu flüstern. Ich mag das nicht. Okay. Wenn ich flüstere, weiß ich nicht, wo ich bin. Halt die Schnauze. Ich muss ganz leise sein. Dann weiß sie nicht, wo ich bin. Ganz leise. Ganz leise. Okay. Scheiße. Scheiße. Okay, sie ist nicht hinter mir. Sehr gut. Einfach rum. Einfach rum. Okay. Oh Gott. Oh nein, ich höre schon wieder die Frauen reden. Das macht mich wahnsinnig. Oh. 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 Oh ja. Ich laufe einfach im Kreis. So machen das die richtigen Pro-Gamer. Das habe ich aus Call of Duty. Oh. 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 Okay. Oh. Das lief gut. Sie werden mich niemals bekommen. Fuck. Ich laufe im Kreis. Nein. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Da ist niemand. Oh Gott, verhandelt diese Türen. Ich drehe durch. War da nicht ein Zettel vorhin? Gehen wir erst mal auf die Toilette. Oh. Oh. Auf die Toilette. Okay. Auf der Toilette ist nichts. Wow. Wow. Das sah aus wie ein Professor. Ich habe da irgendwie so einen Arztkittel gesehen. Das ist ja fast dasselbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Musik wird intensiver. Wir sind Personal-Wartungsteam-Tests, Gefängnisse, Probleme, Wärter, Verwaltung hinterlassen. Yo. Yo. Bro. 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 Wo soll ich? Oh. Jesus Christ. Oh Gott. Böse Möbelstücke. Bei Ikea wäre das nicht passiert. Was zum Geil ist das? I know there's some shit, hat sie gesagt. Ist das geil? Oh, ich darf mich jetzt nicht umdrehen. Oh Jesus. Geh weg. Geh weg, okay? Lass mich alleine. Lass mich. Wie ich sehe nicht. Du guckst auch gegen eine Wand. Oh nein. Sie soll, sie soll, sie soll, sie soll. Hilfe, Jennifer. Jennifer, bock sie weg. Komm, irgendjemand. Hilfe. Hilfe. Zwölf Stunden später steht sie immer noch da. Soll ich jetzt wirklich da wieder rückwärts hinschillen? Soll ich rückwärts laufen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh Gott. Da ist eine Tür. Oh, ich stehe zu nah dran. Oh, kacke. Oh, Gott, verdammt. Oh, Gott, verdammt. Mach die. Mach die. Okay. Yay. Aha. Ausgedrückt. Oh. Oh Gott. Die Bude geht wieder kaputt. Oh, mein Gott, was war das? Ich weiß nicht. Oh, Gott. Oh. Oh, Gott. Oh, ich will, Alter. Oh, Gott. Die Level werden immer krasser. Naja, hier war ich schon. Kacke. Warte, ich mach mein, ich mach mein Knicklicht an. Oh, Gott, nein. Na, ich wollte ein Knicklicht benutzen. Oh, scheiß Leben. Okay, machen wir das Beste draus. Jetzt kann ich auch rumrennen wie ein Blöder. Jetzt bin ich unbesiegbar. God Mode activated. Solange ich die Fackel hab, kann sie mir nichts tun, richtig? Soweit ich mich da recht entsinne. Aber die ist echt overpowered gerade. Vielleicht ist hier das mittlerweile auch scheißegal. Ach, du hast eine Fackel. Ah, okay. Wisst ihr, ich hab ja Angst vor der Dunkelheit, aber die Frau hat Angst vor Licht. Ich glaub, wir werden niemals zusammenkommen. Läuft einfach nicht. Ey, ich war doch hier schon mal. Das sieht genau gleich aus. Okay. Okay. Oh, kacke. Oh, pssch. Schönen. Da ist ja gar nichts. Mann, was verursacht denn diese ganzen Geräusche hier? Ich lese lieber. Ich lese. Ja. In Ruhe erstmal lesen. Wenn die Dämonenfrau hinter euch teleportiert. Das ist immer. Das ist das einzige Richtige, was ihr machen könnt. Okay. Wenn euch irgendjemand mal jagt. Egal was. Monster, Dämonen, Zombies, einen Serienmörder. Holt euch eine Zeitung und chillt erstmal. Okay. Lasst das Ganze mal absacken. Überlegt euch, was ihr tun sollt. Und füttert euch mit Informationen. So wie ich das jetzt mache. Er hat es wieder getan. Er hat es wieder getan. Okay. Das ist wirklich völlig uninteressant. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sie war direkt nicht mehr. Oh Jesus. Ich glaube, sie hat meinen Arsch angefasst. Oh. Ich höre sie rumkriegen. Oh mein Gott. Oh scheiße. Ist sie noch da? Oh sie ist weg. Oh Gott sei Dank. Wo soll ich jetzt lang? Ich kann nirgendwo hingehen. Schnauze. Mach sie doch nicht auf uns aufmerksam. Ey komm. Da war ich doch. Einfach auf den Boden gucken. Einfach auf den Boden. Nein. Nein. Mäh. 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 Da war doch ein Zettel. Ah. Hier. Ha ha ha. Aha. Ehe he. Ehe. 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 Okay. Scheiße. Noch eins. Oh Gott. Höh. Höh. Auf damit. Ist hier irgendwas? Alter ist das laut. Alter. Übertreib mich. Oh. Oh. So laut war das noch nie. Okay ich hau ab. Ah ich muss jetzt mal kurz so spielen. Sonst. Das belästigt gerade mein Trommelfell. Ich will nach diesem Let's Play noch was hören wenn es möglich ist. Das wäre echt cool. Okay. Okay das wäre gecheatet wenn ich so weiterspielen würde. Ah noch ein Bodenwischer. Haben sie doch mehrere da gekauft. Das könnte sogar funktionieren dass sie dadurch den ganzen Boden sauber bekommen. Kacke wo war. Höh. 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 Alter. Oh man das war total unnötig dass ich jetzt erschrocken bin. Ohne der Signalfackel hätte ich davon gar nichts mitbekommen. Kacke man. Höh. 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 Hier und nimm. Wo. Wo. Eins noch. Ein letztes. Hier eine verschlossene Tür. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Okay. Gleich noch eine. Stirb. Stirb. Stirb doch. Jetzt bin ich fast gestorben deswegen. Das ist nicht fair. Warum. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte gerade fragen warum wir keine Freunde sein können. Und dann machst du so eine Aktion. Jetzt hast du es mit mir verspielt. Ich will gar nicht mehr dein Freund sein. Nein mir fehlt noch eins. Ich dachte ich habe alle. Wieso bin ich hierher gelaufen. Oh Gott ist das bescheuert. Oh. Genau im richtigen Moment ist die Fackel ausgegangen. Einen letzten Kill habe ich noch geschafft. In einem von dem. In einem von dem. Bitte. Irgend. Egal. Egal welcher. Komm. Irgendeiner. Was ist denn da drin in dem Scheiß? Ja. 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 Was ist denn das? Verdammt, der Buch! Oh Gott, muss ich noch durch? Geh durch, geh durch! Du, oh, hab ich's geschafft? Hab ich's... Hör auf, du bist gar nicht da. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Das heilige Siegel. Es wurde von dem ganzen Schub begraben. Oh Gott. Ja, jetzt bedienen wir uns erstmal an dem Rucksack, der zufällig da liegt und nur mit Knicklicht. Dann gefüllt ist. Ja, typisch Videogame. Wie lange will das jetzt eigentlich noch laden? Bist du dann mal fertig? Der Typ in der Mitte sieht aber auch so aus, als ob er auf Stress aus ist, oder? Ich mein... Hast du ein Problem, Bruh? Hä? Hast du ein Problem? So Streit, Bruh? Ich hab einen Polizisten an meiner Seite. Was willst du tun, Mann? Lägt dich nicht mit mir an. Ich bin berühmt, respektiere mich. Spieldaten werden gespeichert. Oh yeah. Ich habe es also geschafft, ein weiteres Daylight-Level aufschwer abzuschließen. Und das verdanke ich allein dir. High Five. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Und dann sehe ich mich im nächsten Video. Ich bin ein weiteres Daylight-Level aufschwer abzuschließen. Und dann sehe ich mich im nächsten Video. Ich bin ein weiteres Daylight-Level aufschwer abzuschließen. Und dann sehe ich mich im nächsten Video. Ich bin ein weiteres Daylight-Level aufschwer abzuschließen. Ich bin ein weiteres Daylight-Level aufschwer abzuschließen. Ich bin ein weiteres Daylight-Level aufschwerb.